Also Gärten sind offen. Schubladen sind ja eigentlich irgendwo hingesteckt und sortiert, aber die Gärten, das ist was nach oben hin offen. Also wie man sich fühlt. Ich habe auch gemerkt, dass ich mir diese Frage früher nicht so oft gestellt habe. Ich glaube, dass ich nicht immer recht sensibel mit mir umgegangen bin. Wahrscheinlich automatisch auch mit anderen auch nicht. Jetzt ist es halt Zeit für die Gärten, irgendwie. Die Inneren. Also Vulo spielt auf jeden Fall eine Rolle. Er mag etwas Magisches auch. Und es hat irgendwie auch mit der Zerstörung zu tun. Also gespielte, musikalisch gespielte Zerstörung. Und Schönheit. Ja. 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 Das sind Bilder, die sind, wie hab ich immer, sind Tower-Bilder. Untertitelung des ZDF, 2020